Am 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 Yo, Jett was geht ab? Ähm... Jett, ich hab... Ich hab anderthalb Stunden auf meine Pizza gewartet Damit ich bisschen Energie hab für den Stream Die kam an, kalt, äh, und war Rattich Ekschi Rattich, die hat nach dem Auto von dem Lieferanten geschmeckt Ja 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 Absolut ranzig Absolut fucking ranzig Ähm... 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 Yo, Jett, was geht ab? Yo Konrad Grünes Oberteil, true Ähm... Na? Weißt du, wie das Auto von dem Geist schmeckt? Es hat nach einfach altem Auto geschmeckt Es hat nach altem Corsa geschmeckt Kennt ihr es nicht, wenn ihr zu einem, äh... Freund ins Auto steigt Und es riecht so ein bisschen nach Graskippen Äh... Nach so... Soßen von Meggis, die, äh... Ausgelaufen sind Auf den Sitzen, Sitze, die zehn Jahre nicht gewaschen wurden Das ist so ein gewisser Smell Ah... Yo, Jett, was geht ab? Ähm... Ja, wir sind heute way too late Wir sind heute absolut way too late, tut mir leid Äh... War nicht so geplant, aber ich habe ein bisschen länger geschlafen Ähm... Warte Der, der, der Typ FiveHeadEscape Oh, der Kopf hat reagiert auf mein Escape WTF Okay Shit Long fucking gone, stupid I need to see this Hehehehe Oh... Oh my god Oh my god Hehehehe Hehehehe Oh my god Hehehehe Hehehehe Individual shot him with the diamond bag Goddamn Hehehehe I'm not even angry anymore I'm not even angry anymore Hehehehe I'm not even angry Jesus Christ Yeah, Jeff fucking Konrad, baby Fucking Konrad How are those ankles? Bro Oh... I don't even... I don't even have feet anymore Oh shit Perfekt Juke Goddamn Ich wusste gar nicht, was ich gemacht hab Ich wusste gar nicht, was ich gemacht hab Ich wusste gar... Ich hab einfach... Ich bin einfach nur gefahren Halt halt... Ich bin einfach random gefahren halt... Legit random Ich hab... Ich hab... Ist war noch nicht mal... Das war noch nicht mal meine Escape-Strategie Ich hab... Ich hab... Ich hab gar keine Strategie Ich bin einfach nur gefahren Und anscheinend hat er... Hat er irgendwie... Äh... Ja... Random outsmarted... Ne, Jeff, es war... War geplant Es war geplant Es war absolut geplant Ähm... Ähm... Alright Hallo, Jet Hallo... Na? Holy shit, nur 30 Leute in der IQ? Oh Gott Oh oh... Server Crash? Really? Ist der Server gecrashed? Gerade eben? Oh shit... Vor 5 Minuten? Oh no... Oh no... Oh no... Das heißt, wir müssen ein bisschen länger warten wahrscheinlich... Man... Yagashi... Game Complainers... Eieieiei... Eieiei... Eieiei... Eie... Ist okay... Red GTA Clips? Ah, nö... 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 Ja, Jet... Heute der Plan... Ähm... No joke... Ich will ein Business machen... Ich will endlich... Ähm... Irgendwie halbwegs ein Business haben... Sorry... Ich will endlich halbwegs ein Business haben... Ich habe keinen Bock mehr... Ähm... Diesen kleinen kriminellen Shit zu machen... Ich will großkriminellen Shit zu... Shit machen... Eigenes Konzept für Business einreichen? Ähm... Ja, Jet... Unsere Business Idee ist ja eine eigene Kirche zu machen... Das ist, äh, so ein Mann, true. Ähm, das ist ja unser Business-Konzept, dass wir einen Priester haben und, äh, halt eine offizielle Kirche in Los Santos, ähm, kriegen. Und, ähm, unter der Kirche ist dann ein Kokain-Labor. Oh, Chad, wisst ihr, was so awkward ist? Instagram-Stories. Chad, Instagram-Stories ist so awkward. Ich sag mein Management immer, ich will keine Instagram-Stories machen und dann am Schluss steht trotzdem ein Vertrag drin. Yo, bruv, Instagram-Story, äh, musst du morgen machen. Oh, Gott. Dann, ähm, Chad, ich bin nicht auf Instagram aktiv, ich hasse die Plattform. Es ist, äh, nicht meins. Ich bin nie da drauf. Ich war seit einem Monat nicht mehr auf Instagram. Und, äh, dann muss ich halt so eine Story machen. Yo, Leute, was geht ab? Es ist so weird. Es ist wirklich weird. Aber, gehört mit dazu, Chad, zu meinem... Job. Es gehört mit zu meinem Jobi. Ja, genau. Und ich hab Zimtwirbel, denen die URL, äh, geschickt auf Discord, damit ich die an mein Handy schicken kann von, äh, äh, dem Swipe-Uplink. Äh. Ah. Sorry. Chad, heute ist ein Röpsi-Tag, wahrscheinlich. Ich hab wieder Cola. Ey, ich hab wieder Kodi. Lass mich. Chad, ich muss auch manchmal Röpsen, ha? Die ganze... Energie, ähm... rauslassen. Ähm, Chad. Ähm, 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 ähm. Also, es gab, es gab, ähm, äh, superweiten Headpop. Fuck. Fucky, fuck. Die Story... Ehm, äh, we discussed. Ehm, ähm, we are the guy wohin. I was going to give you a half a while. ... ... ... Bis zum nächsten Mal.